Ja, Hallöchen, ich bin's wieder und willkommen zu meinem nächsten Video. Ich werde euch heute ein paar kleine Fragen beantworten, die ich schon, die ich ja im letzten Video, im vorletzten Video, wo ich gesagt habe, ja, stellt ein paar Fragen und so weiter. Ich habe nicht mehr alle, weil bei Shake and Fidget räume ich öfter mal meine Post auf, eigentlich jeden Tag. Wie ihr seht, heute ist der 29.05. und sie sind alle vom 29.05. Das heißt, sie kommen heute oder morgen alle weg und im YouTube eigentlich auch, also eine wichtige Nachricht, die ich behalten will. Ja, ich glaube, die erste Frage war irgendwie... Ja, ja, ich finde ich jetzt nicht, aber die Frage war zumindest, ob ich Shake and Fidget Let's Play mache. Ja, das habe ich auch schon in Videos gesagt. Die werde ich machen, sobald Server 15 rauskommt und ja, Minecraft Let's Plays sind momentan nicht möglich, weil Minecraft immer bei Videoaufnahmen bei mir abkackt, also wird das erstmal nichts. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, die finde ich jetzt auch gerade nicht. Die war, ob ich auf Server 15 spiele, die habe ich jetzt auch gerade mit der letzten Frage beantwortet. Dann kommt, äh, kam die Frage von Machtkiller 3 auf YouTube. Ähm, ne, Moment, die, doch, die kam von neben. Oder von wem kam die? Von, ähm, genau. Ähm, 007 Anime Fan. Hey, wie viel Mal holst du die Pilze, Monat oder Jahr? Ja, also, ich hole mir eigentlich jeden Monat 25 Euro Paysafe Karte oder alle zwei, je nachdem wie ich Pilze habe. Nur jetzt momentan läuft es irgendwie extrem gut mit dem Geld bei mir, so rein verkaufstechnisch und Taschengeld mäßig und so weiter und so weiter. Deswegen habe ich mir diesen Monat extrem viele Pilze gegönnt. Was heißt, gegönnt, geholt. Gönnen tue ich sie mir wann anders. Außerdem kam jetzt auch noch mein Geburtstag in die Quere. Und deshalb habe ich jetzt so viele Pilze. Dann war, glaube ich, noch, ja, kann zum Beispiel sowas hier, kann ich in eure Gilde. Ja, ihr könnt in die Gilde, wenn ihr euch bewerbt, in, bei mir oder in unserem Forum, ihr könnt nochmal das in meinen Videos gucken. Das ist das Video Shake and Fidget Member Suche. Da ist auch ein Link zum Forum. Außerdem sind wir auch im Forum von Shakes and Fidget vertreten, auch schon, weil die Gildensektion ist ja offen. Hier, da sind wir die S&F-Götter. Da ist auch jeden Tag was los. Zumindest der Gildenleiter, der zukünftige, wird da jeden Tag, ist er interaktiv. Und ja, hier ist auch nochmal der Link dahin. Die Voraussetzungen sind 260 bis 300 Alu am Tag, 50% Mount und 25% Lebensdrang. Und ja, dann wurde ich auch gefragt, wie man ein Magier skillt und ausrüstet und so weiter. Da habe ich mir überlegt, ein kleines Erklärbär-Video zu machen. So, ich erkläre euch, wie ein Magier funktioniert. Das soll nicht ein direktes Tutorial werden, wobei man das auch Tutorial nennen kann. Aber eigentlich will ich nur den Leuten dann ihre Frage beantworten. Das kommt dann später, morgen, vielleicht sogar noch heute, je nachdem wie ich Lust habe und Zeit. Und ja, das war mein erstes Fragen-Beantwortungs-Video. Und wir sehen uns in den nächsten Tagen, im nächsten Video. Ciao.